Scheiße, Scheiße, das ist so laut! Und herzlich willkommen zu Alien Isolation. Wir müssen jetzt hier nach nebenan. Mit dem alten... Mann von den Schlaftabletten. Wo ist meine Bodenluke? Ach, ich kann hier rein. Hier kann man sich verstecken. Das ist hinter mir. Huch! Jetzt kommt's her. Da müssen wir hin. Das ist aber in den... Ach, da ist eine Lüftung. Scheiße. Haben wir. Welchen Raum ist es jetzt? Ach, hier nebenan wahrscheinlich, ne? Alle Türen sind auf. Geil! Und das Vieh ist hier. Ach, Scheiße. Ich hab gespeichert. Nix. Ach, Scheiße. Habt ihr das gehört? Bumm, bumm. Das läuft hier wieder rum. Das ist nicht so schön. Hier drüben. Hier drüben. Da ist es. Da randaliert es. Ja, so ein blöder Computertisch, dass man sich da nicht... Der springt hier andauernd hin und her. Gib's dir mit dem Flammenwerfer, du! Hau ab hier! Unmöglich. Das ist nebenan, ne? Ich kann das Ding hier gar nicht benutzen. Das ist ja lustig. Wenn ich hier unter dem Tisch bin, ist es laut? Das ist genau hier. Kacke. Ich überlege, ob ich so ein Geräuschmacher einsetze. Und dann meine Ruhe hab. Ankommen. Ach, ich hab mich wieder verdrückt. Ganz ruhig. Den. 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 Nun mach doch hier! Dann kommen sie aus dem Labor. Wo muss ich denn jetzt hin? Da hinten. Ja, am besten wär's, ich komm hier in diesen Schacht rein auf der anderen Seite. Oh, ist das laut! Meine Güte! Wartet mal. So, so, so ist besser. Was ist da drüben? Das ist aber weiter weg. Achtung, bitte verhalten Sie sich ruhig und gehen Sie zum nächstgelegenen Ausgang. Ich komm hier nicht weg. Das ist genau auf der Seite. Oh, ich bin jetzt genau reingelaufen, glaube ich. Und ich komm hier nicht durch. Ich muss jetzt hier raus und da hin. Dann kann ich hier unten lang gehen und da hinten raus. Das ist der Plan. Höh? Habt ihr das gesehen? Also sehen muss das Vieh ja ganz schlecht. Ich muss das irgendwie ablenken. Da auf der Seite ist es ja schon mal gut. Jetzt geht's wieder dahin, ne? Eine Runde rum. Achtung, bitte verhalten Sie sich ruhig und gehen Sie zum nächstgelegenen Ausgang. Hier ist irgendwo die Luke. Ja, ja! Oh, ich bin weg. Ich bin drin! Oh! Ich, naja, ich gehe jetzt einen kleinen Umweg. Hier sehe ich gerade. Oh, der Ton ist jetzt auch viel angenehmer so. Bin ich hier richtig? Ja. Schnell! Scheiße, das kann nicht sein! Oh, was war das? Huch! Was ist jetzt los? Und nun? Das Vieh ist noch hier. Bereits für Schildkraftbeserbung. Oh! Bette bitte, Sie. Sie verdienen die Schildeskirche. Und wacht Sie auf die Wofahreraberkendigung. Schnell rein hier. Das ist gut. Das war klar. Jetzt muss ich zur anderen Luft schleuse. Ah, nein! Nein! Das kriegt hier immer noch rum. Ich muss zu der Luft schleuse da hinten. Was ist da hinten irgendwo? Geh auf! Komm, mach hin! Ich geh jetzt mal vorsichtshalber hier lang. Irgendwas ist hier... Wir drehen uns hier wie verrückt. Geh auf! Geh auf! Rein hier. Brrrr. Ich hab's schon wieder im Nacken gespürt. Analisieren Sie den Druck der... Da kann ich nicht hin. Da ist zu. Und hier? Hier kommen wir nicht raus. Wo muss ich denn genau hin? Ach, da hinten an der Seite ist irgendwas. Bin ich denn jetzt hier richtig? Nee. Kein Plan. Ah, nun. Da ist irgendwas. Da ist irgendwas. Zur nächstgelegene Luft schleuse und warten Sie auf die Notfallplanerkündigung. Luft schleusen, normalisieren Sie den Druckkunden erlässt. Schnell hier rein! Schnell! So, ich muss mal gucken, wo ich jetzt hin muss. Ich bleib mal hier jetzt. Muss ich jetzt warten? Warten Sie, bis der Druckausgleich abgeschlossen wurde. Aha. Ich bin... Es läuft hier noch rum. Das Vieh muss weg. Wartet mal. Komme ich jetzt hier durch? Nee, die Gitter bleiben, ne? Ja, leider. Wo ist es denn? Ich seh es nicht. Ich hör es bloß. Es weiß, dass wir zur Schleuse waren. Da ist es. Da läuft es. Komm schnell. Och. Auch noch zu dieser Seite. Oh, Gott sei Dank. Und jetzt? Ich brauch einen Raumanzug. Schnell, Ripley. Das ging aber schnell. Und jetzt? Achso, das ist ein Video. Au. Das ist ein bisschen wie Gravity hier, ne? Gerade. Wow. Geschafft. Gott sei Dank. Ja. Geschafft. Kann ich jetzt hier irgendwas umziehen? Hallo? Hallo? Hört mich jemand? Ripley? Sind Sie das? Ja, wait. Wo müssen wir hin? Ach du Scheiße. Da sind wir. Und da muss ich hin. Nehmen Sie den Aufzug zu Solomons Galetta? Ich? Sie? Absolutes Arschloch. Sie haben mich eingeschlossen. Sie haben das Labor in den Weltraum gefeuert. Ich hatte keine Wahl. Überhaupt keine Wahl. Sie haben das Ding gesehen. Sie haben gesehen, was es anrichten kann. Ich musste es von der Station kriegen. Ganz egal wie. Ja. Mit mir als Köder. Zum Verrecken. Es hat verdammt nochmal funktioniert, Ripley. Es hat funktioniert. Ich habe das Ding erwischt. Und es in den Gasriesen geschleudert. Die Station ist sicher. Das zum einen. Und zum anderen sind Sie ein herzloser Schweinehund. Ich komme zurück ins Büro. Da können wir Ihre Vorgehensweise genauer besprechen. Ripley. Ende. Ja, jetzt ist Ende. Gut. Boah. So, jetzt gucke ich nochmal auf die Karte. Hier. Sollen wir durch und können nicht. Hier sind die Türen alle zu. Und hier hinten ist ein Speicherpunkt. Da müssen wir hin. Aber die Tür ist auf. Und die führt mich an einen Bereich, wo ich noch nicht war. Oder? Hier liegt was. Eine Springkapsel. Äh. Aber ich habe überall drei, ne? Heben wir auf. Das sieht nach Revolver-Munition aus. Und jetzt? Jetzt habe ich hier so einen kleinen Raum. Ich schleiche mal trotzdem wieder. Sind wir jetzt Alien-frei? Sensor, Inventar voll. Klettern kann ich hier auch nicht, ne? Geht das wieder los? Hier ist nichts, was ich machen kann. Ich bekomme hier kein Symbol angezeigt, dass ich hier irgendwas... Ne Bodenluke ist hier auch nicht. Und die Tür ist... Ach, ich habe hier einen Plasmaschneider. Jetzt haben wir ja einen Plasmaschneider. Ich glaube aber nicht, dass mit dem Alien schon Schluss ist. Hier sind zwar noch genug andere Gesellen, aber... Ich... glaube nicht, dass es vorbei ist. Ich gucke mal auf die Karte. Ja, hier rein, wenn das geht. Da geht's nicht. Da komme ich auch nicht rein. Schrott brauche ich nicht. Ich nehme mal die Pistole, vorsichtshalber. Wer ist das? Hier geht's eh nicht weiter. Äh, Karte? Ja, da muss ich eh durch. Na, endlich mal ne neue Waffe. Und ne Schlüsselkarte. Auf welcher Taste haben wir denn die Pumpgun? Eins ist der Revolver. Zwei. Vier Schuss. Die macht aber Krawall. Und zwar mächtig gewaltig. Hier ist Kofferausgabe oder sowas. Sagt mein Dings. Hier ist nix. Da ist zu. Da blinkt was. Da kann ich was hebeln. Dachte ich. Nee. Wie komme ich jetzt hier weiter? Das ist der Gang, wo ich lang muss. Wollte. Gehen. Ach so. Ich habe ja einen Plasmaschneider. Ich brauche keinen Schrott. Nee. Hier muss ich knacken. Schlüsselkarte. Hier muss ich nicht knacken. Ich habe ja eine Schlüsselkarte. Oh, hier sind wir wieder. Und wo muss ich jetzt lang? Hier will keiner was von mir. Da könnte ich jetzt auch rein. Hier konnte man ja noch normal gehen. Ist das entspannt. Das habe ich mir verdient. Oho. Und einmal nach unten und auf die Tür. Oh, wo geht es denn hier hin? Gepäck-Ausgabe. Vielleicht ist ja hier noch was Tolles, Wichtiges. Oder ich verschwende meine Batterie umsonst. Was ist das da? Flammenwerferöl. Elektroschockladung. Nein, ich verschwende nichts. Bindemittel, Inventar voll. Ich kann das auch nicht einsammeln. Na gut. Hier liegt ja noch was. Bin ich blind? Flammenwerferöl ist gut. Ja. Jetzt fährt noch ein bisschen... Ah, Lampe aus. Pumpgun-Munition, nicht schlecht. Wo müssen wir lang? Hier. Nein? Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das jetzt weg ist. Das ist nicht der richtige Weg. Die müssen genau da lang. Ah, ein Eevee. Hm. Oh! Sie werden hysterisch. Kann ich nichts von gebrauchen? Halt! Ah, ich hab alles voll. Da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Die ganze Zeit waren die... friedlich. Sind hier noch mehr? Wo ist der Aufzug? Hier. Hier. Nix mit Aufzug. Bin ich jetzt drin in dem Aufzug, wo ich hin muss? Nee, ich bin ein zu früh. Gott sei Dank. Oh, die Uhrzeit. Ah, hier ist der Aufzug. Ich hör was piepen. Wir geh mal gucken. Da. Das nutzen wir aus. Das nutzen wir aus. Und Dankeschön fürs Zuschauen. Ich mach jetzt eine Pause. Es sind schon wieder deutlich über 20 Minuten. Tschüss. Tschüss.